Firma, die Firma, die Firmen. In welcher Firma arbeitet er? In welcher Firma arbeitet er? Er arbeitet jetzt bei einer anderen Firma. Er arbeitet jetzt bei einer anderen Firma. Was ist die reichste Firma der Welt? Was ist die reichste Firma der Welt? Welche großen Firmen gibt es in Hamburg? Welche großen Firmen gibt es in Hamburg?